Hi! Die meistgestellte Frage, die ich bisher erhalten habe, dreht sich um das Thema Vollauftemperaturen und wie ich es geschafft habe, mit maximal 38 Grad auszukommen. Um die Antwort bereits ein wenig vorwegzunehmen, das liegt nicht an meinen besonders riesigen Heizkörpern oder an den Lüftern, die ich unter den Heizkörpern verbaut habe. Viel wichtiger aber als die Frage, wie ich das gemacht habe, ist die Frage, wie ihr dazu kommen könnt, herauszufinden, welche Vorlauftemperatur ihr mit euren Heizkörpern fahren könnt. Das ist spannend, nicht nur vor dem Einbau der Wärmepumpe, sondern auch beim Betrieb zur Optimierung eurer Heizkurve. Und nein, ich werde jetzt nicht anfangen, euch zu empfehlen, die Heizkurve eurer bestehenden Heizung runterzustellen und dann noch irgendwas von 55 Grad in den Raum zu werfen. Das ist alles ein alter Hut und ihr werdet das längst ausprobiert haben und so wie ich letztes Jahr festgestellt habe, dass ihr nicht zu den Temperaturen kommt, die ich aktuell mit unserer Wärmepumpe eingestellt habe. Die niedrigste Heizkurve, die ich letztes Jahr mit der Gasheizung erreichen konnte, war noch gut 10 Grad höher als die Heizkurve, die ich aktuell mit der Wärmepumpe eingestellt habe. Aber ich würde sagen, wir gehen Schritt für Schritt durch. Alles, was ihr brauchen werdet, ist ein Zollstock, Zettel und Stift und ein Internetzugang. Im Idealfall habt ihr bereits eure benötigte Heizleistung berechnet. Wie ihr das machen könnt, habe ich bereits in den Videos zur Auslegung erklärt. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein. Ich verlinke euch die oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns erst noch einmal an, was passiert, wenn man einer alten Gasheizung sagt, sie solle einen Vorlauf von 40 Grad bereitstellen. Die enorme Heizleistung, die führt dazu, dass sie die Zieltemperatur sehr schnell erreicht und die Heizkörper in dieser Zeit die Wärme gar nicht abführen können. Und das seht ihr hier einmal in der Messung, die ich letztes Jahr durchgeführt habe. Da sieht man einmal in grün die Vorlauftemperaturen und in gelb die Rücklauftemperaturen. Und was da klar zu erkennen ist, ist das Taktverhalten der Heizung. Also wir hatten eine Außentemperatur von ungefähr 5 Grad und eine Vorlauftemperatur in den Spitzen von 45 Grad. Und wenn man das ungefähr mittelt, dann sind wir hier noch bei 42 Grad bei 5 Grad Außentemperatur. Aber eben deutlich zu erkennen ist das schnelle Hochschießen der Temperatur und dann das Wiederabfallen. Ja, und demgegenüber können wir uns auch einmal anschauen, wie die Wärmepumpe das jetzt bei uns bereitstellt. Und das sieht komplett anders aus. Hier sehen wir einen Zeitraum über anderthalb Tage bei ziemlich genau 5 Grad Außentemperatur. Und da ist es so, dass die Wärmepumpe eben den Vorlauf jetzt mit ungefähr 32 Grad konstant bereitstellt. Also kein einziger Takt, es musste in der Zeit auch nicht abgetaut werden. Und so konnte eben die Heizleistung sehr konstant in das Haus gebracht werden. Und ja, wie ihr seht, 32 Grad ist genau 10 Grad unter den 42 Grad, die ihr eben bei der Gasheizung gesehen habt. Anders als die Wärmepumpe hat die alte Gasheizung nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Heizleistung zu modulieren, also an die Gegebenheiten anzupassen, die Leistung also runterzufahren. Die Wärmepumpe macht dies und man kann eben sehen, dass sie das ziemlich gut macht im gewissen Bereich. Wenn die Temperaturen noch höher werden, dann ist auch irgendwann natürlich bei der Wärmepumpe die Grenze erreicht. Hier seht ihr jetzt einmal alle Heizkörper, die bei uns im Haus verbaut sind. Und ganz normal, wie im Altbau üblich, sind diese Heizkörper eher an die Fenstergröße als an den Heizwärmebedarf angepasst worden. Und auch teilweise noch in Nischen in der Wand verbaut. Auch die neueren Heizkörper sind leider nur vom Typ 22. Ich habe, als wir die ausgetauscht haben, leider noch nicht darauf geachtet, dass sie ein bisschen größer dimensioniert werden. Also zumindest mal vom Typ 33 eingesetzt werden. Ja, und wir haben sogar in den Badezimmern diese beiden schönen Handtuchtrockner, die leider dafür bekannt sind, dass sie ihre Wärme nur unter Verwendung von hohen Vorlauftemperaturen gut abgeben können. Aber trotzdem schaffen wir es eben mit den 38 Grad auszukommen. Die grundlegende Frage, die es nämlich zu klären gilt, ist, wie hoch muss die Vorlauftemperatur sein, um meine bereitgestellte Wärmeleistung der Wärmepumpe in das Haus abzugeben. Also, wie in meinem Fall, haben wir jetzt die Wärmepumpe mit 5 kW Heizleistung. Und wir müssen die Temperatur bestimmen, bei der die ganzen Heizflächen im Haus diese 5 kW Wärmeleistung an den Raum abgeben. Und ich würde jetzt in diesem Video mal nicht auf den Volumenstrom eingehen. Der hat auch noch was damit zu tun. Aber wir lassen es heute erstmal bei der Vorlauftemperatur. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass wir im Vorfeld die benötigte Heizleistung am Auslegungspunkt kennen. Oder, wie in meinem Fall, die maximale Heizleistung der Wärmepumpe kennen. Dann können wir starten. Und wir rechnen nicht von Hand oder mit dem Taschenrechner, sondern wir nutzen einen Rechner aus dem Internet. Zur Vorbereitung, um den Rechner gleich bedienen zu können, brauchen wir jetzt eben den Zollstock und eine Liste. Die könnte dann wie folgt aussehen. Einmal alle Räume notiert. Dann den Heizkörpertypen. Und die Breite und die Höhe des Heizkörpers. Und falls ihr euch nicht so gut mit den Heizkörpertypen auskennt, die könnt ihr ganz einfach herausfinden, indem ihr einmal von oben in den Heizkörper hineinschaut. Der Typ wird immer angegeben durch eine Zahl aus zwei Ziffern. Zum Beispiel der Typ 33. Die erste Ziffer steht für die Anzahl der Platten, wo das Wasser durchläuft. Und die zweite Ziffer steht für die Anzahl dieser Konvektionsbleche. Und genau, beim Typ 33 haben wir dann eben drei Platten und drei Konvektionsbleche. Bei einem Typ 21 wären es eben zwei Platten und ein Konvektionsblech. Ja und mit diesen Informationen können wir jetzt rüberspringen zum Rechner vom Bundesverband Wärmepumpe e.V. Jetzt befinden wir uns auf der Seite vom Bundesverband Wärmepumpe e.V. Und wenn ihr hier unter Normen und Technik auf den Heizkörperrechner geht, dann landet ihr genau da, wo auch der Link in der Videobeschreibung hinführt. Und dann könnt ihr ein Stück runter scrollen und da seht ihr dann den Rechner an sich. Da könnt ihr dann in der obersten Reihe erstmal den Heizkörpertypen auswählen. Und zwar fängt das hier an mit dem vertikal profilierten Flachheizkörper, der ja relativ verbreitet ist, den wir auch im Esszimmer und im Wohnzimmer verbaut haben. Und rechts daneben befindet sich das etwas neuere Modell, diese glattwandig profilierten Flachheizkörper, also wo vorne einfach eine glatte Fläche zu finden ist. Rechts daneben befinden sich dann noch verschiedene Stahl- und Gussradiatoren. Und für die Experten unter euch gibt es auch noch den allgemeinen Radiator, wo ihr dann den Radiator-Exponenten eingeben könnt, falls ihr den wisst. Aber ich starte einfach mal mit dem Heizkörper aus unserem Wohnzimmer und dann trage ich mal die Daten ein. Und zwar haben wir da eine Bauhöhe von 350 mm. Ein Typ 33 Heizkörper, der wird dann hier auch immer als Bild angezeigt. Da kann man sich dann nochmal versichern, dass man den richtigen ausgewählt hat. Und dann gebt ihr die Baulänge ein. Und da aufpassen, das sind Millimeter. Ich hatte da auch mal Zentimeter eingetragen. Und dann kommen natürlich die falschen Werte raus. Also achtet drauf, dass das Millimeter sind. Den Anschluss braucht ihr an sich nicht auswählen. Ein Lanzenventil oder reitender Anschluss hat keinen großen Einfluss oder gar keinen Einfluss. Die Nischen, ob der Heizkörper in einer Nische installiert ist, das macht einen Einfluss. Ich würde mal so ungefähr 10% schätzen. Also könnt ihr entweder machen, wenn ihr die Daten da habt oder auch weglassen. Dann das Wichtige, die Vorlauftemperatur, also in meinem Fall 38 Grad. Die Rücklauftemperatur 35 Grad. Und die Innentemperatur, also die Raumtemperatur. In meinem Fall sind das ja 19 Grad. Und dann sind wir mit der Eingabe schon fertig und können auf Berechnen klicken. Und dann kommt eben die Heizleistung des Heizkörpers raus von, in diesem Fall, 1040 Watt. Jetzt ändere ich das noch einmal. Erstmal einmal die Raumtemperatur. Der Einfluss ist natürlich auch gegeben, da sich die Leistung im Endeffekt aus der Temperatur im Heizkörper und der Raumtemperatur ergibt. Das heißt, wenn ihr jetzt mit 21 Grad rechnet, dann wird sich jetzt die Heizleistung verringern. Genau, das passiert auch. Das seht ihr dann. Also deswegen müsst ihr auch die Raumtemperatur mit angeben. Wenn wir jetzt noch den Nischeneinbau wedeln, das ist in meinem Fall im Wohnzimmer sogar der Fall. Ich habe das aber nicht berücksichtigt, weil das relativ groß ist. Wenn ich hier aber mal sage, wir haben 10 Zentimeter Abstand, dann hat das ungefähr einen Einfluss von 10 Prozent in der Leistung, die dann eben gemindert wird. Allerdings ist hier die Einstellung des Anschlusses, die hat dann keinen Einfluss. Deswegen könnt ihr das einfach weglassen. Wie ihr hier schon gesehen habt, gibt es nicht die Möglichkeit, den Handtuchtrockner auszuwählen. Ich habe mir da beholfen, da ich nicht herausfinden wollte, welchen Radiatorexponenten der hat. Ich habe einfach den glattwandig profilierten Flachheitskörper genommen. Dann habe ich die Breite so eingestellt, die der Handtuchtrockner bei mir hat. Dann habe ich den Typ 10, also einfach nur eine Platte ausgewählt. Und bei der Baulänge habe ich zwei Drittel der Baulänge angegeben. Sprich ungefähr, das muss man auch nicht so genau machen, wenn der Heizkörper 1,20 Meter hoch ist, dann habe ich an der Stelle 80 eingetragen, sprich 800 Millimeter. Diese Angaben habe ich grob verglichen mit den Datenblattangaben von solchen Handtuchtrocknern. Und das hat ungefähr hingehauen. Das kann man natürlich genauer machen. Da müsste man aber den Radiatorexponenten raussuchen. Und ja, ich würde sagen, für so eine Überschlagsrechnung ist das genau genug. Ich habe zunächst einmal die Ausgangssituation betrachtet. Und zwar habe ich für meine Heizkörper einmal die Normbedingungen durchgerechnet, die mit einer Vorlauftemperatur von 75 Grad und einer Rücklauftemperatur von 65 Grad gerechnet werden, bei einer Raumtemperatur von 20 Grad. Ja, und was kommt dabei heraus? Wir sehen einmal, im Wohnzimmer sind alleine 4 kW Heizleistung des Heizkörpers verbaut. Und hier seht ihr die anderen Leistungen der anderen Heizkörper, was sich dann runtersummiert auf ganze 15,5 kW Heizleistung der Heizflächen im Haus. Und wenn ihr euch erinnert, die Heizung, die hier im Haus verbaut war, die hatte ganze 25 kW. Das heißt, bei diesen Normbedingungen von 75 Grad Vorlauf hätte die Heizung ihre Heizleistung von 25 kW niemals komplett abgeben können. Das kann natürlich sein, dass die zum Beispiel auch auf 90 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt ist. Aber ihr versteht jetzt sicherlich, was ich meine. Also die Anpassung der Heizflächen an den Wärmeerzeuger beziehungsweise die Vorlauftemperatur ist wichtig. Und jetzt gehen wir den Schritt weiter und schauen mal, was bei 38 Grad bei mir rauskommt. Und die Liste ist die gleiche, nur jetzt eben mit 38 Grad und 35 Grad Rücklauf gerechnet. Vielleicht als kleiner Einwurf. Wenn ihr den Rechner bedient, dann würde ich euch empfehlen, falls ihr nicht genau wisst, welche Spreizung der Heizung, also Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur, ihr fahren könnt, dann nutzt lieber einmal 5 Kelvin als Wert und nicht so wie ich es gemacht habe, 3 Kelvin. Denn mit sinkender Spreizung muss der Volumenstrom größer werden, also die Fördermenge durch euer Heizungssystem. Und das kann gerade bei Heizkörpern zu Flussgeräuschen, zu Strömungsgeräuschen führen. Und deswegen, wenn ihr nicht genau wisst, dann lieber mit 5 Kelvin rechnen und nicht mit 3. Ja, dann schauen wir immer, was jetzt rausgekommen ist. Der Wohnzimmerheizkörper, den hatte ich ja im Beispiel, hat 1000 Watt. Am unteren Ende befinden sich dann die beiden Heizkörper im Bad mit 126 und 160 Watt. Ja, das sind zwar kleine Badezimmer, aber trotzdem werdet ihr verstehen, das ist nicht viel Leistung, die da noch an den Raum abgegeben werden kann. Im Obergeschoss bei den 126 Watt ist es sogar so, dass das da ausreicht. Das liegt aber an der Lage des Badezimmers. Denn das ist umschlossen von anderen warmen Räumen, hat nur eine kleine Außenwand und drei Innenwände. Im Gegensatz zum Erdgeschoss-Badezimmer, was eben zwei Außenwände hat und somit einer der schlechtes zu beheizenden Räume ist, mit zusammen mit unserem Esszimmer und der Küche, die haben wir damals zusammengelegt und sogar einen Heizkörper abmontiert, der sich eben jetzt dort befunden hätte, wo die Küche aufgebaut wurde. Und deswegen ist das aktuell unser kritischer Raum. Aber interessant ist ja, was geht ins ganze Haus? Wir kommen ja mit den 5 kW Wärmeleistung der Wärmepumpe aus. Und wenn wir jetzt die Summe bilden, liegen wir hier bei 4 kW, die wir abgeben können bei den 38 Grad Vollauf-Temperatur. Ja, und das sind natürlich nicht 5 kW, das ist mir auch bewusst. Allerdings muss man noch die Verteilverluste mit einrechnen. Wir geben ja auch Wärme schon ab im Keller. Das Rohrsystem gibt ja die Wärme ab. Und wir haben auch die Hauptleitungen in den Außenwänden. Die sind sogar ungedämmt. Und ich habe da einfach nur mal eine Daumenschätzung gemacht. Man kann so ungefähr davon ausgehen, dass man 50 Watt pro Meter verliert bei 40 Grad Wassertemperatur. Und ja, abgeschätzt sind es ungefähr 25 Meter an Rohrleitungen, die wir noch verbaut haben. Und so kommen eben hier nochmal 1250 Watt Verluste hinzu. Die gehen natürlich auch in den Keller und halten den Keller ein bisschen warm. In den Außenwänden ist es aber wirklich fast reiner Verlust. Ja, und zusammen mit den 4 kW, die die Heizkörper abgeben, sind wir dann eben im Bereich von 5 kW. Das passt genau. Und ja, jetzt seht ihr, dass jedes weitere Grad an Vorlauftemperatur, wenn ich die auf 40 oder auf 45 Grad stellen würde, dann würde einfach die Wärmepumpe anfangen, den Volumenstrom runter zu regeln. Und dabei spart man zwar auch minimal Energie, weil die Umwälzpumpe weniger fördern muss, aber das Potenzial in einer geringeren Vorlauftemperatur ist viel größer. Und deswegen ist es sehr wichtig, diese Temperatur zu kennen, die sinnvoll im Haus abgegeben werden kann. Falls ihr euch noch ein bisschen genauer mit dem Thema Verluste der Rohrleitung befassen möchtet, dann kann ich euch die Seite vom Schweizer FN empfehlen. Den Link packe ich euch auch noch unten rein. Da könnt ihr ein bisschen genauer auch mit Dämmungen spielen und das für euch genauer ausrechnen. Ich glaube aber, man sollte da auch die Kirche im Dorf lassen und das nicht zu genau berechnen. Ihr seht ja auch, ich komme auch über 5 kW, aber ja, man hat überall so ein paar Fehler in der Rechnung, deswegen macht es nicht zu genau. Aber die Temperatur für sich einmal ungefähr zu bestimmen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Durch dieses Wissen dieser Vorlauftemperatur hat man jetzt auch die Möglichkeit, wenn man mit einem Festwert fahren möchte, anstelle von einer Heizkurve, dass man sagen kann, wie viel Heizenergie man gerade dem Haus zuführt. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass ich in meinem Haus gerade 100% der möglichen Heizleistung abgebe, dann stelle ich die Vorlauftemperatur fest auf 38 Grad und dann weiß ich, okay, die Wärmepumpe regelt auf die 38 Grad und ich pumpe immer die 5 kW ins Haus. Und das ist gerade interessant, wenn man an die PV-Überschusssteuerung denkt, denn ich regle jetzt die Heizung so, dass ich eben auf die PV-Leistung schaue und dann schaue, dass ich möglichst viel am Tag an Energie ins Haus schaufel und das weiß ich eben, dass das passiert bei den 38 Grad Vorlauf. Jetzt würde mich einmal interessieren, habt ihr dieses Vorgehen vorher schon gekannt oder für euch vielleicht auch bereits durchgerechnet oder habt ihr jetzt durch das Video Lust bekommen, das einmal für euch zu berechnen? Schreibt mir das auf jeden Fall einmal in die Kommentare und ja, lasst den Daumen nach oben auf jeden Fall da, denn dann sehen wir uns im nächsten Video.